Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns, der Aktionrunde.de, eurem Kanal mit viel wertvollem Wissen zum Thema Daytrading neben der Arbeitszeit. Mein Name ist Christian und damit legen wir los. Ja, das heutige Video soll sich eigentlich mehr oder weniger um euch da draußen drehen, nämlich um die Community und daher habe ich mir ein paar Fragen überlegt, was ich euch jetzt an dieser Stelle einfach gerne mal stellen würde. Frage Nummer 1 wäre, wie bzw. was genau handelt ihr eigentlich bei IQ Optionen überwiegend? Handelt ihr dort noch binäre Optionen, digitale Optionen oder seid ihr jetzt eher auf dem Trichter und sagt, nee, wir handeln nur noch Kryptowährungen oder aber CFDs? Das würde mich mal interessieren, ja, also ob binäre Optionen und digitale Optionen noch ein Fragethema sind bei euch, ob ihr dazu auch gerne nochmal in Zukunft mal was sehen würdet. Würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Schreibt das doch bitte mal in die Kommentare. Dann sind wir auch schon bei der zweiten Frage eigentlich angekommen. Was handelt ihr generell? Das würde mich auch mal interessieren. Handelt ihr CFDs, Forex? Welche Währungspaare handelt ihr am liebsten? Oder gibt es aktuell irgendwelche Kryptowährungen, welche ihr favorisiert, zum Beispiel Bitcoin oder Ripple? Würde mich auch mal interessieren. Schreibt es doch ebenfalls mal in die Kommentare. Dann habe ich noch ein Anliegen und zwar unser neue Aktienrunde Krypto Zweitkanal, also der Aktienrunde Kryptowährungen Kanal, wo der Levi für euch am Start ist. Ich habe gesehen, dass der Abonnentenwachstum stark zunimmt. Und das ist natürlich super, freut mich riesig. Bedeutet letztendlich, wahrscheinlich kommt der Kanal ja relativ gut an bei euch. Und dafür erstmal ein dickes, dickes Danke an dieser Stelle. Das freut uns natürlich sehr. Und mich würde natürlich auch mal interessieren, wie ihr das Thema Kryptowährungen generell findet. Schreibt doch da auch mal was zu in die Kommentare. Und ja, das war es eigentlich auch schon so generell. Beziehungsweise ihr seht es ja hier im Hintergrund bei IQ Option. Ich habe hier in Bitcoin geladen und in Ripple. Und da würde mich jetzt auch mal eure Meinung zu interessieren. Vor allem Bitcoin hier, der war ja letztens hier schon fast bei der 8000er Marke angekommen. Jetzt sind wir wieder bei der 6700 in etwa. Tendenz allerdings noch mal steigend. Steigt da jetzt jemand von euch ein? Oder was denkt ihr aktuell über den Bitcoin? Also ich persönlich beobachte den Bitcoin täglich eigentlich. Finde den Markt generell sehr, sehr interessant. Und ja, ich gehe jetzt davon aus, dass das Ganze hier wieder Fahrt nach oben aufnimmt. Und wenn es so weitergeht, werden wir mit Sicherheit auch in den kommenden Tagen noch die 8000er Marke knacken. Bin ich fest von überzeugt. Und beim Ripple ist es ja eigentlich ähnlich. Wobei hier gerade so ein Seitwärtstrend hier herrscht. Ich warte jetzt allerdings ehrlich gesagt auf den Ausbruch nach oben hin, dass wir nochmal die 30er Marke hier oben knacken. Aber wie sieht es bei euch aus? Handelt jemand von euch aktiv? Ripple oder Bitcoin? Wird mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt doch hierzu, wie gesagt, euren Gedankengang in die Kommentare. Und wir, das gesamte Team Funder Aktienrunden, würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir hier nochmal einiges an Feedback von euch zurückbekommen würden. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Haut in die Tasten und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Erfolg beim Handeln. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.